Wie konnte der mich treffen? Betrug! Betrug! Diesen letzten Platz akzeptiere ich nicht. Das war Betrug. Ja nie! Ach, f***t euch doch! Was soll denn die Scheiße jetzt? Haben wir es jetzt auch mal wieder? Jetzt trifft er mich. Warum? Warum? Hör auf, du scheiß B-Jab-Pooling! Was auch immer für das Scheiß-Dreckskugel? Hör einfach auf! Boah, wo kommt der plötzlich hier? Ist der geisteskrank! Schon hier wieder abgeht! Äh, hä? Warum bin ich jetzt flip-down? Ich hab doch nichts falsch gemacht! Doch ich seh nichts! F***! Ich hab nichts gesehen wegen diesem Drecks-Blooper! Nein! Ja, ja! Schließ ihn ab! Doch, umdurch die Banane, du Fisch! Warum sollst du jetzt schon immer die Banane umbringen? Aber... Ja, nee! What the hell! What? What? F***! Diese Strecke! Was? Du liegst auf dem Scheiß-Hütten, auf dem Scheiß-Tanooki! Oh, ich hasse dieses Drecks-Seit-Im einfach nur! Alter, was hast du gegen mich? Tot! Warum? Kann mir irgendjemand erklären, warum der als Fünfter die nach hinten schmeißt? Bam! Was? Nein! Oh mein Gott, was bin ich für ein Lappen! Ja, super! Das seh ich auch, wie der angerast kommt, wie Michael Schumacher auf Ecstasy! Natürlich! Und diese Pilze hebe ich mir auf! Ich würde jetzt mit Absicht keine neue Seite umholen! Da warte ich, bis ich hier durch bin! Denn hier bringen die... Nein! Nein! Das habt ihr nicht getan! Welcher Spaß hat den Blitz abgeschossen? Ah! Ja, nee! Ja, chill doch alive! Wir sch... Nein! Ah ja! Ah ja! Ich hab ja nur 10.000 Feuerbällen nach hinten geschmissen, ne? Ah! Ja, jetzt habt euch doch mal! Geht nach Hause, trinkt den Wodka und chillt bitte einfach euer Life mit eurem Hass gegen mich! Und, was höre ich denn da? Hi, Bro! Oh, was ist jetzt hier mit dieser... Warum hältst du dich nicht hier oben? Alter! Was ist denn... What the... Erster? Leute! Teilt dieses Video auf Facebook! Auf Twitter, auf Google, es ist egal! Dieser historische Moment muss gefeiert werden! Ich bin... Ich war hier Erster! Was ist denn jetzt los? Guys! Fies! Ich hab nicht den halben Tag Zeit zum Aufnehmen, also bitte! Zweite Extrarunde, ja! Pfff! Oh Gott, bin ich schlecht! Oh mein Geis! Wenn man in den... Roten Beschleunigung... Das war jetzt... Das war jetzt fies! Was? Warum? Hallo! Hallo! Dann brauchen wir auf Terminu! ARD Text im Auftrag von Funk